Herzlich willkommen, liebe Stadtwerkerinnen und Stadtwerker. Ich bin Daniela Walikiewicz, Geschäftsführerin der ASEF. Wir sind ein Netzwerk aus mehr als 300 Stadtwerken deutschlandweit. Gemeinsam identifizieren wir Marktpotenziale und konzipieren Lösungen für das tägliche Kundengeschäft, für zukunftsrelevante Themen wie Klimaschutz, Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Durch unsere innovative und agile Arbeitsweise entwickeln wir gemeinsam mit unseren Stadtwerken nachhaltige Ergebnisse für alle Energie- und Wasserversorger in unserem Netzwerk. Bei uns steht der partnerschaftliche Austausch zur Weiterentwicklung und Vernetzung von Stadtwerken jeglicher Größenordnung im Mittelpunkt. In regelmäßigen Veranstaltungen und Workshops geben wir wichtige Impulse und halten sie auf dem neuesten Stand. Wir sind Ihr Sparingspartner für alle Themen rund um die Versorgungswirtschaft. Persönlich auf Augenhöhe von Stadtwerken für Stadtwerke. Wenn Sie mehr über eine ASEF-Mitgliedschaft erfahren möchten, schreiben Sie uns einfach oder rufen Sie uns gerne an. Wir freuen uns, Sie in unserem Netzwerk zu begrüßen. Okay, danke.